Ich möchte einfach mal zeigen, dass eben nicht jede Investition, die man damals gemacht hat in den Untergrund, dass sie sich rentiert hat. Wenn man mal überlegt, dass Mülheim eine Einwohnerzahl hat von nicht mal 200.000 Einwohnern, dann finde ich das schon sportlich, sag ich mal, dass man hier U-Bahn-Strecken gebuddelt hat, wie in Hamburg. Ich finde das bemerkenswert, dass man das gemacht hat. Ja, ich finde es wirklich bemerkenswert. Was ich daran bemerkenswert finde, ist nicht, dass man es gemacht hat. Die Station ist nun mal da, sondern es geht mir um die Auslastung. Schaut euch mal diese Haltestelle an und dann überlegt mal, wie voll die U-Bahn-Höfe in Hamburg sind. Einfach mal so. Einfach mal so. Ich meine, gut, die Stadt wird dafür bezahlen. Die Stadt wird für den teuren Tunnel hier bezahlen. Das steht fest. Das muss Hamburg auch. Aber ich finde die Auslastung interessant. Also ich finde, es hätte auch oberirdisch getan. Diese Haltestelle hier, so leer und dann mit so ein paar Piepel, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also in Hamburg kenne ich die U-Bahn-Stationen eher sehr, sehr voll. Aber hier kann man picknicken. So leer ist das Ding hier. Wahnsinn. Nur mal so als Kontrast. Stellen wir uns mal in Hamburg den U-Bahnhof Berliner Tor so leer vor. Da wäre man manchmal froh drüber, wenn es so leer wäre. Interessant. Echt. Also so eine leere Station habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. In Hamburg völlig undenkbar. Meine Bahn kommt in einer Minute. Aber es ist ja auch mal interessant, leere U-Bahn-Höfe zu sehen. statt volle. Ich finde es spannend. Dieser Kontrast. Ja, in Hamburg die Vollheit und hier ist es schön leer im Untergrund. Finde ich echt interessant mal. Ne. Hier die Bänke. Also die Station ist auch nicht dreckig. Das will ich gar nicht sagen. Die ist schon ordentlich. Die ist schon sauber. Da habe ich schon dreckigere U-Bahn-Höfe gesehen. Bei uns Berliner Tor. Lohmühlenstraße. Wo die Studenten sind. Ja, schön schon bemerkenswert. So, jetzt kommt die Bahn. Bin ich ja mal gespannt. Aha. Okay. So ein kleines Zügchen. Und dafür so ein Bahnsteig. Respekt. Dann. Ja.